Ich habe vor dem Grund besitz der Kooperative etwas zu bleiben lassen? Ja, das ist eine gute Idee, ne? Bestimmt kann die Expansion der Kooperative noch warten. Ja, auf jeden Fall kann die das. Nein, das wollen wir nicht machen. So, wie wir dann wieder haben? 16 Tonnen. Ja, 16 Tonnen. Ja, die Schnurze. Was du hier alles kaufst, ey. Was denn? Ich wollte keine Frau, aber ich finde, das ist nur lustig. Ja, Mensch. Was man noch machen könnte, ist das hier, warte. Geht das überhaupt? Ja, das geht ja. Dass du den Fischerhütten eine Fischerhütte gegenüber baust. Ja, das geht, ich weiß. Mach ich ja noch. Dass da so ein Fischerabschnitt ist. Sieht einmal geil, dass du die Kaimau um das Offshore-Windkraftwerk umgebaut hast. Ja, finde ich auch. Aber im anderen Offshore kann ich das nicht machen. Das muss ich dann... Aber ich glaube, da brauche ich das Offshore nochmal um. Ach, da steht ein Windkraft drauf. Wenn das Parlament fertig ist, dann reißen wir die ganzen Produktionsbetriebe ab und verschiffern wir die dann woanders hin. Jo. Sodass dann auch wirklich der Hafen richtig gut genutzt wird. Die ganzen Handelsrouten dann auch benutzt werden. Jo, genau. Ach, das ist ja doof. Die Werft steht scheiße. Ich baue die mal kurz um. Ja, ja, aber mach, 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 was du willst. Mach dann, mach auch die andere Werft weg, da hast du so ein Werft. Hafen. Ein Werftabschnitt. Da kann eine Hafenbehörde daneben. Sehr geil, wenn man die Hafenbehörde so ins Wasser bauen könnte, dann hätte man einen größeren Hafenbereich. Ja, ne. Ja, okay, kann man da nicht hinbauen, dann bauen wir erstmal kurz hier so. Einfach so kalmer. Mensch, wie so ist es so... Sie nehmen sich anscheinend genug Zeit, ihre Entwicklungen zu testen. Ich schätze so etwas. Ach so, da joinen die alle rum. So. Mann, Janik. Was denn? Du machst es völlig falsch. Du baust den großen Hafen bei den ganzen Anlegestellen nach oben hin, obwohl da überhaupt ganz wenige Schiffe anlegen. Hier unten sind die ganzen Schiffe, die anlegen. Da musst du es hier unten abreißen. Ja, Mensch, da ist einfach mal eine Hafenbehörde, weil ich da Fisch anbaue. Aber den Fisch kann ich auch da oben dann anbauen. Genau. Oder nee, Quatsch, wir importieren dann sowieso nur Fisch. Das hier ist dann nur dein Notfisch, falls du keinen Fisch mehr hast. Den Fisch werden wir dann sowieso nachher noch importieren. Ja, naja. So, wo kann ich jetzt einen Hafen bauen? Ich baue einfach ein Statistikzentrum, mitten ins Wasser, weißt du? Haha, mitten ins Wasser. Neuer Prototyp entwickelt. Ah, na endlich. Ich baue ihn ans Wasser. Mensch, das sieht hier aber auch wieder scheiße aus. Wer hat das gemacht? Ich doch nicht. Meine Gott, das geht aber besser. Ja, genau, stellen wir hier so hin. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das noch nicht fertig ist. Was denn? Ich will kommen in den Nüsten, Quatsch, äh, wein, weinbauen, also diese komischen Weinsachen und so. Und wundere mich die ganze Zeit, warum das noch nicht ist. Ich dachte, es steht 900 und da steht aber 950. Und ich habe 900 Einwohner und habe die ganze Zeit gewundert, warum das noch nicht fertig ist. So, die Echos hatten doch auch einen Hafen. Ah, da war er. Ja. Passt. Da ist Jim. Guck dir das an, ey. Nein. Komm hier noch an Abfertigungshalle hin? Passt nicht. Egal. Ja. Passt schon. Ja. aber hier tun wir einfach mal eine hin so aus jux und dollerei nee das sieht dann auch wieder doof aus weil wenn wir sie hier so hinbauen dann ist das wieder cool hier kann man auch eine hinbauen so an das aufschrauben kraftwerk ja hatte ich erst vor aber das sieht scheiße aus nein das sieht doch scheiße aus gut aus wo es aussieht ja gut wenn man zwei aber auch nicht man das Ding jetzt zu weit geht zu lieben die Haas zu lieben die Hafen gehörte zu lieben ich bin das ist er schon mit dem Peter kein Morgen doch komplett falsch aus er sagt du mal nicht jetzt hier Man Muss erstmal eine neue Hafenbehörde bauen Und die soll Die soll gefälligst da Die soll gefälligst da hin Gut Achso, ich glaube, ich weiß, was du mit der Boje meinst Du hättest Den Hafen angeklickt, glaube ich Janek Warum? Weil diese Boje markiert den Wegpunkt, wo die fertigen Schiffe Der Hafen, äh, der Häfen hinkommen Stimmt, ja Ne, nur von der Werft Ja, meine ich doch In der Werft Ja Ist trotzdem eine Boje Ey, weil der Berg da ist Kann ich jetzt hier keine Dingsie bauen Keine Keimau Ja, geht auch So So, ne Dann muss man auch gucken, wie, äh, ob, äh, ob, beziehungsweise wie die Tycoon Werft da noch hinfasst Was ist doch da Tycoon, nicht Tech Und auch nicht Echo Tycoon Achso Nein, oh Dieses fucking Gebäude Meine Gott Kann ich schon Tycoon Ja, du brauchst nur Beton Oh, es ist ein fette Ding Ja, ist das Problem Deswegen sollst du gucken, ob es reinkommt Tja, äh, was nicht passt, wird passend gemacht, ne Ja Oh, heck, leckt es gerade bei dir extrem Ja Es liegt voll an dir Bei mir leckt es die ganze Zeit Es liegt am Internet Aber richtig Ja, deine scheiß Bambusleitung hier wieder Du 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 hast die Bambusleitung Die Bambusleitung Okay, wir brauchen Zocker und Weingut Warum Oh, dieses scheiß Ding So viel Fucking Platz So viel Fucking Platz Okay, jetzt brauche ich einen neuen Beton Von Was? Ich brauche einen neuen Beton Doll Neuen Beton Ich habe hier oben 63 Ich komme gleich runter Ich habe schon ein Schiff hier oben Ja, siehst du, das liegt am Internet Bist du raus? Ne, ich bin nicht raus Du? Ne, ne, weil das gerade, gerade stand da, warte auf, äh, Cloud Bei mir stand Warte auf Cloud Ökologischen Gesichtspunkten geplant Ja, du hast gerade ein, äh, scheiß Internet Deine Bambusleitung Als ob das bei mir ist, kann auch bei dir sein Ja, irgendwas ist los, Punkt aus Ach, ich wollte jetzt eigentlich kein Statistik Oh, ich schicke, was wird nicht der Beton runter, ja Ey, wir spielen dieses Spiel schon neun Stunden und 37 Minuten und 56 Sekunden Haben eine Einwohnerzahl von 9000 und 31 Einwohnern Und, äh, unsere Credits sind, äh, stetig, äh, steigend Tja, wir sind halt gut Hier, Bevölkerung, also wir haben am meisten Ey, wir haben Wir können noch 18 Tycoon-Ingenieure einziehen lassen Hör mal deine Fraps, weil ich höre kaum was von dir und, äh, es takt Ja, es leckt Ja, es scheißt Deine Stimme leckt auch Das ist gerade voll Internetproblem Ich würde mal sagen, wir hören einfach mal auf für heute Mit der Aufnahme Ja, warum, weil es das nicht mehr zum Aufhängen Ja, also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, ne, Anno und so Bis dahin sagen wir mal, ciao, ciao Ja, ciao, ciao Ciao